Gloria-Sophie Burkant ist hierzulande durch ihren Vater Markus Söder bekannt geworden. Ein Fakt, aus dem das Model kein Geheimnis macht, sondern ihn vielmehr offen thematisiert. Gala verrät sie jedoch, wie distanziert die Vater-Tochter-Beziehung in Wahrheit ist. Als Kind prominenter Eltern hat man es nicht automatisch leichter. Immer wieder betonen sogenannte Nepo-Babys, wie man Kinder berühmter und gut vernetzter Familien nennt, dass es ihnen deutlich schwerer fällt. Eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln, da sie ständig mit ihrem Vater oder ihrer Mutter assoziiert werden. Einerseits bietet ihnen ihr Nachname ein Karrieresprungbrett, andererseits müssen sie sich stärker gegen andere Newcomer-Innen behaupten. Hinzu kommt die oftmals fehlende Familienzeit, da ihre Eltern schwer beschäftigt oder nur selten zu Hause sind. Im Gala-Interview offenbart Gloria-Sophie Burkant, 25, anlässlich ihres Reality-TV-Debüts. Wie es wirklich um die Beziehung zu ihrem Vater Markus Söder, 57, steht. Sie deutet an, dass sich das Vater-Tochter-Duo häufiger bei öffentlichen Veranstaltungen als zu privaten Anlässen trifft. Gloria-Sophie Burkant nervt es, dass ich immer mit Markus Söder assoziiert werde. Ab dem 31. Oktober 2024 wird Burkant zum ersten Mal in einem Reality-Format zu sehen sein. In der Amazon Prime Show Licht aus, verbringt das Model zusammen mit sieben weiteren Prominenten 120 Stunden in kompletter Dunkelheit. Fünf Tage lang steht die Söder-Tochter dabei unter permanenter Beobachtung und bringt hier und da auch ihren Vater zur Sprache. Gegenüber Gala gibt das Model zu, während der Dreharbeiten besonders bedacht darauf gewesen zu sein, was genau es über seinen Vater mit der Öffentlichkeit teilt. Ich habe in dem Moment schon darüber nachgedacht. Was kann ich sagen und was nicht? Aber im Endeffekt habe ich keine Skandale zu verbergen und mein Vater auch nicht. Soweit ich weiß, von daher habe ich einfach gesagt, was ich will. Dass dann Kritik kommt, ist für mich mittlerweile auch normal. Das Verhältnis zu Markus Söder ist bei weitem nicht so innig, wie es bei einer Bilderbuchfamilie der Fall wäre. In ihr Vorhaben, erstmals an einer Reality-Show teilzunehmen, hat Gloria-Sophie Burkant den Politiker nicht einmal eingeweiht. Mein Vater und ich sind total getrennt. Es ist auch so, dass ich politisch neutral bin. Ich bin nicht CSUlerin oder CDUlerin, weil ich finde, dass jede Partei gute Punkte hat, man muss sie halt alle vereinen. Mich nervt es dann, dass ich immer mit ihm assoziiert werde, erklärt die 25-Jährige, die aktuell an ihrer Doktorarbeit schreibt. Und fügt hinzu, auch wenn ich Events mit ihm zusammen mache, aber das sind dann offizielle Veranstaltungen, verrate ich ihm jetzt nicht jeden Karriere-Schritt, weil dazu habe ich auch gar keine Lust. Und er würde mir vermutlich davon abraten. Vielen Dank. Vielen Dank.